Hallihallo, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Und ich hab mich doch dazu entschieden, die Sarina zu spielen. Der Adam, da hat's leider nicht gereicht wieder für die Punkte. Beim Dwight hab ich auch alle Perks, die ich zeigen wollen würde, nur auf Stufe 1. Also geht's weiter ans Blutpunkte-Farm und hoffentlich pippen. Ich dachte schon, dann kommt das Schweinchen oder so. Ah, das ist die Krankenschwester. Da wird schon gearbeitet. Moin, Jui. Oh, moin, Meg. Jep. Das war mal... Glück, dass ich da was geschafft hab. Ich bin so in sie reingelaufen. Sie wusste nicht, wohin sie sich jetzt noch teleportieren soll. Es tat mir ein bisschen leid. Oh, ich hab ne Nurse gestunnt. Oh. Oh. Mensch. Oh, da wird dolle gearbeitet. Oh, da wird dolle gearbeitet. Sorry. Kommst du hier hinter mir her? Nein, will sie nicht. Tritt erst mal gegen den Jen. Dann läuft sie weiter. Ich bin schon sehr gespannt auf das neue Update. Weil da wird dann sowas nicht so möglich sein. Ich mein, gut, es war gerade Rangreset. Oder ist auch schon länger her eigentlich mit dem Rangreset. Aber ich bin jetzt ja schon ein violetter Rang. Und... Ähm... Beim Update wird's so sein, dass... ...man als Killer einzeln eingestuft wird. Und dann, ähm... Es kann sein, dass die Person, die den Killer spielt, zwar auch Rang 5 bis 13 oder was weiß ich was ist. Oder auch von mir aus Rang 1. Aber mit der Nurse jetzt gerade einfach zum zweiten Mal erst spielt. Oder zum zwanzigsten Mal und, keine Ahnung, einfach noch nicht so geübt damit ist. Ähm... Ja... Und da wird es dann nicht so sein. Dann wird man als Killer einzeln für jeden Killer... ...gerankt und... ...kann dann erst mal sich auch einspielen. Und hat dann nicht solche Probleme. Oh, sie ist nach dort. Oh, kämmt sie jetzt ein bisschen. Ich schleiche mich mal ran. Ich habe ja geliehene Zeit. Hm... Hm... So... So... Geliehene Zeit. Ja... Wäre besser gewesen, wenn sie jetzt einen Schlag getankt hätte, aber... Mal schauen... ...ob sie mich jetzt auch so bekämmt. Macht sie... Macht sie... Warum schlägst du mich denn nochmal? Es bringt dir keine Punkte. Achso, ich mache mal diesen hier. Das internationale Zeichen für... Macht Jens. Sie kämmt. Ja... Moment... Ging das schon so schnell? Mit den Jens? Wie viele Jens habe ich denn gemacht? Null? Was habe ich gemacht, diese Runde? Ja... Warum haust du mich denn? Hau andere Leute, das bringt dir Punkte. Und? Hast du geliehene Zeit? Danke... Oh, weggegrabbelt. Oh, Mensch. Hat sie sich verantwortlich gefühlt. Ich weiß leider nicht mehr, wo die Ausgänge sind. Oh, da. Okay. Habt ihr Lust? Gönnt euch die Punkte. Oh ja, ist schön. Hm. Schade, dass sie die Punkte jetzt nochmal fürs Hauen gekriegt hat. Ach, obwohl ich gönne ihr das. Die war nicht so gut. Und... Ja. So haben die anderen auch nochmal einen Punkt gekriegt fürs Tanken. Rang 13, ja. Mit Streeter und hat mich trotzdem nicht gefunden, gerade. Naja. Ja. Hatten die anderen denn nicht geliehene Zeit dabei? Nee, hatten sie auch nicht. Ja, ist dann auch schwierig mit so einem... Cool und so. Ich weiß ja nicht, ehrlich gesagt. Aber... In Ordnung. Ähm... Vor allem und so. Aber alles... Alles cool, alles cool. Ähm... GG. Ich hoffe, beim nächsten Mal wird's besser. Ich bin ja entkommen und ich hab auch... ganz gut Punkte gekriegt. Ich guck mir das gleich nochmal an. Ich hab... Nicht in Erinnerung, dass ich ein Gen gemacht hab, aber... Ja. Ich hab ne Jagd gewonnen. Vielleicht bringt das auch mehr Punkte als ein Gen. Hab ich mir noch nie so genau näher geführt. Also GG und bis dann. Bis zum nächsten Mal.